Ah ja, wie sagt man, stetig, oder wie sagt man, nährt sich das Eichhörnchen oder was? Doch, da gibt es doch auch so Sprichwort. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Ja, jetzt werden wir mal in den Mix. Wer das liest, muss Bier holen. Auf die Plätze, fertig, Prost. So, Hausbier. Was genau, was war das eigentlich? Habe ich da echt das? Ja, aber ganz am Anfang habe ich das halt vorne nicht. Warum? Das ist viel zu lang vorne da, ne? Ja, das muss ich selber sagen. Ja, das war das erste. Live ist das schon okay, aber ich finde es zu langsam. Du merkst, also ich finde es zu langsam und es groovt auch nicht so. Ich glaube, das ist wieder der Klick. Also habe ich so, das ist im Gefühl, es groovt nicht so, wie wenn wir es live spielen. Also. Ja, ja, da müssen wir schon hören. Das ist schon ein paar drauflegen, ja. Okay. Ja, also ich fände es, der groovt jetzt nicht so, wie ich. So oft. Absolut, ja. Das sind aber viele Lieder, wo Leute groovt. Ja, ja. Aber das ist fast das Schlimmste. Von diesem Grooven her. Muss ich sagen, also. Aber gut. Ja. Wichtige Erkenntnis. Ja, ja. Das sind mehrere, die, wie man halt auch gesagt hat, das tut sich jetzt auch von Tvapro. Ja. Ja. Also, ich bin fast mit der Aude in der Nahrung, ich habe es gehört, ja. Ja, jetzt gerade eben habe ich es gehört, ja. Ich habe das gerufen, da jetzt so. Ich habe es mir jetzt gesehen. Ja. 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 Ich habe hier schon die Frage, ob das noch zweit viel schneller war soll. Ja. Wir spielen alles schneller. Der Zell ist, glaube ich, immer ein Tick schneller besser als ein Tick zu langsam. Ich finde das klasse, das Lied. Klasse? Du? Ja, ja. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Vocal Performance. Ja, ja, mein Gott. Vervorbruch. Bis weit. So. Ich habe schon echt lange keinen Bass mehr gespielt. Das heißt, da, 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 da mach ich nix. Und da, 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 da. Vielleicht ein oder andere. Ich weiß nicht, wer kann, der muss auch ein Ton. Au! Ja genau. Das ist halt ein bisschen. Da muss ich ja, da muss ich noch ein Ding machen, sonst ist es weiter oder sowas. Ja, ja, sehr cool. Wenn du dann noch mal reinhaust mit dem Auf die Eins. Da merke ich wieder direkt, wie anstrengend das ist. Ein Bassspiel, ne? Ein Bass zu spielen, ja. Da muss schon echt Gewalt da. Ja, da muss schon echt Gewalt da werden. Okay. 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 I'm coming to find you.